Musik Musik Arm, zur Schulter. Okay. Sasch, komm Sasch. Ti, ti, ti. Das ist ja nicht geheuer, ne? So, okay. Ti. Ja, ja. Hopp. Ti, ti. Achso, hast du noch denn? Frage. Ja. Wenn du das jetzt richtig beobachtet hast, du hast also mit den Füßen so gut wie keinen diagonalen Kontakt zum Boden. Weißt du, du arbeitest komplett aus dem Oberkörper, sage ich mal so. Das sieht so aus, ne? Aber ich habe jetzt den Kontakt mit der Hüfte über die Stühle. Also. Das sind jetzt die Beine. Das sind die Beine. Und dann sicht, wie, Jürgen, komm nochmal. Wie sutil die Gewichtsverlagerung und die Gutheit hier ist, ja? So, also hier ist ganz wenig, aber hier. Ja. Da ist jetzt meine Gegenrotation. Ne, meine Überlegung weiter könnte man für einen. Überdreiche jetzt auf den Hocker, ja? Drück mal den, den. Also er kämpft jetzt im Moment die ganze Zeit wie mein Hocker. Also mein Hocker und mich. Mein Hocker und mich. Ja. Und dann sehen wir, der Hocker ist sehr stabil. Aber der Hocker, der leitet ab. Hier, Chi. Oh, die Hockerstippel. Das sind ja auch diese subtile, ganz leichte, anja, komm nochmal, diese ganz leichte Gewichtsverlagerung. Über den Schwerpunkt, Schwerpunkt, Talien, möglich durch die Talien, ja? Nach unten. Und, äh, das ist natürlich, wenn ich dann weiß, wie ich die Kraft hier jetzt überdrahe, hier, Armspirale. Gehst du nicht? Ja, so. So, innen, Armspirale. Hocker. Ja, Armspirale. Und dann laufen die Spirale und der Hocker macht mit. Guter Hocker. Ja, aber so, ähm, Wett, also, aber das Gäste ist das wirklich, dass man das im, im Stand richtig bringt. Also, wenn man das im Stand dann immer mehr und mehr bringt, dann später geht auch. Okay, noch einmal, und zwar jetzt diese, noch nur darauf achte, auf diese Sache hier, so, der, nach unten. So, also so tief runter brauchen wir jetzt nicht, aber hier schneiden die Spirale. Jetzt, äh, jetzt hatte ich zum Beispiel dann gerade die Hüfte mit benutzt, ne? Ja, ich schneide hier so die Spirale, jetzt hier so, hier ins Becken. Da hängt er hier am Becken. Also, also, auch das kann man sehr gut benutzen, das Becken, aber hier die Spirale. Ja. Also, also, auch die Spirale, 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 die